Ich denke mal, wenn wir einkaufen gehen, haben wir alle entweder so einen Chip oder wir haben 50 Cent oder einen Euro. Das ist völlig normal. Wir wissen, dass wir so ein Ding brauchen, denn es gibt zwar manche Läden, aber sehr wenige Supermärkte, wo du das nicht brauchst, wo du die einfach nur so nehmen kannst. Ich weiß ja nicht, in welchem Laden du warst, aber wahrscheinlich ist es auch relativ egal, weil in Europa hat ungefähr jeder Supermarkt diese kleine Kette und ohne den Chip kommst du da nicht dran. Wenn du in die USA gehst und gehst da in einen Aldi, die haben auch die kleinen Ketten und Aldi muss den Kunden dort immer erklären, warum es denn diese kleine Kette gibt, warum die Dinger alle zusammen sind. Die Amerikaner wundern sich, vielleicht in Australien auch so, auch so, okay. Die wundern sich total, was ist da eigentlich los, was soll die Kette? Und dann sagen die, ja, das spart enorm viel Geld, weil wir brauchen nämlich keine Mitarbeiter, die dann diese ganzen Wagen vom Parkplatz zusammensuchen. Und der Begriff, den die Amerikaner dafür nutzen, ist to coral, also wie die Hirten, die die Kühe zusammentreiben, so in Texas oder sowas. Das ist der Begriff dafür. Und dann sagen die Kunden, ach ja, da spare ich ja Geld, jetzt verstehe ich das, warum ich so einen Chip brauche oder zumindestens irgendwie, keine Ahnung, was die da haben, 50 Cent oder was die da reintun, ne? A Quarter. Das ist so. Das heißt, das ist wirklich bei uns nicht, aber bei denen verbunden mit dem Gedanken des Hirten. Auf die Art kommt die Herde selber zusammen, nämlich wieder da, die ganzen Wagen landen wieder vorne am Eingang, anstatt, dass ein Hirte rumgehen und sie zusammensuchen muss. So, und jetzt versuchen wir mal den Sprung nochmal zum Hirten. Nämlich Jesus, der selber über sich sagt, Johannes 10, Verse 11, 27 und 28. Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Also er ist quasi der Hirte, der über den Parkplatz läuft und uns verstreuter Einkaufswagen von überall her zusammensammelt, damit wir nicht irgendwie Autos anstoßen, Macken machen oder irgendwie um drei Häuserecken weiter verschwunden sind und irgendwie nicht mehr auftauchen. Das ist der Hirte. Jesus benutzt ein Bild, das Bild des Hirten, der Hirte, der seine Schafe führt. Und ganz häufig, wenn Jesus uns Menschen Wahrheiten über Gott sagen will, dann nimmt er dazu nicht irgendwie eine sehr abstrakte Theologie. Seine Zuhörer waren sowieso meistens eher einfache Leute, also so wie wir. Sondern er benutzt Bilder, er benutzt Bilder, weil ein Bild nochmal anders als eine Abstraktion nicht nur hier ist, sondern auch hier etwas bewirkt. Und wenn in uns eine Veränderung sein soll, wenn wir eine Wahrheit begreifen wollen, sie soll etwas bei uns verändern, dann reicht es nicht, dass es nur hier im Kopf passiert, dass wir Überzeugungen irgendwie verändern, sondern es muss auch hier in unserem emotionalen Leben passieren, beides zusammen. Und deshalb sind die Bilder im Neu-Testament so gut. Manchmal denkt man sich, ach, das ist so unklar. Unklar, ja, aber wenn ein Bild uns wirklich ergreift, hat es die Chance, sehr, sehr viel zu bewirken. Und so schauen wir uns jetzt das Bild dessen an, wo er sagt, er ist der Hirte und wir Menschlein sind die Schafe. Schauen wir uns das genauer an. Matthäus 10, die Verse 2 bis 6 und 10 bis 15 hören wir jetzt miteinander. Der Hirte geht durch das Tor zu den Schafen hinein. Ihm öffnet der Wächter am Eingang und auf seine Stimme hören auch die Schafe. Er ruft seine Schafe mit Namen einzeln aus der Herde heraus und führt sie ins Freie. Wenn er sie dann draußen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie nicht folgen, sondern weglaufen, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer verstanden nicht, was Jesus mit diesem Bild meinte. Ein Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen und zu schlachten und verderben zu bringen. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und alles reichlich dazu. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Ein bezahlter Hirte, dem die Schafe nicht selbst gehören, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Dann fällt der Wolf über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem bezahlten Hirten geht es nur um die Bezahlung. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. So wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich habe in der Vorbereitung auf die Predigt versucht, das nochmal, auch über die Einkaufswagenfrage hinaus, nochmal auf unsere Zeit zu übertragen. Ich habe mich gefragt, was macht denn heute einen guten oder was macht einen schlechten Hirten aus? Jesus setzt das ja sehr in ein Gegenüber. Und ich bin da gestern noch auf einen Artikel gestoßen auf politico.eu, der richtig schlechtes Hirtentum zeigt. Da werden nämlich, was auch nichts Besonderes ist, werden sogenannte Lebendexporte von Tieren aus der EU heraus ins Nicht-EU-Ausland. Und da ist es häufiger passiert, dass Kühe, trächtige Kühe, die also bald gebären werden, aus der EU hinaus in die Türkei gebracht werden sollen, verkauft werden sollen. Denkt man sich, soweit alles gut. Es ist aber schon ein paar Mal passiert, dass ein Lastwagen die EU-Grenze überfährt, ist im Niemandsland. Und die Türken sagen, die Papiere passen uns nicht. Da gab es irgendwie 100 Kilometer von euch entfernt, irgendwie einen Ausbruch, Blauzungen, Krankheit, sonst was. Diese Tiere lassen wir nicht rein. Die sind aber schon exportiert, die sind schon im Niemandsland. Und ich habe euch überlegt, ob ich euch Bilder davon zeige. Ich habe gedacht, nee, ist ein Gottesdienst, ich lasse das. Diese Tiere stehen dann wochenlang in irgendwelchen Anhängern, in diesen Grenzgebieten. Sie treten über ihre toten Kälber, alles ist voll mit Mist und nachher sterben sie und ein paar bleiben übrig. Und die kommen dann irgendwann in irgendeinen Schlachthof. Also ganz, ganz schrecklich. Ich habe gedacht, die Bilder zeige ich euch lieber nicht. Also, wir Menschen bekommen das mit dem Hirte-Sein nicht immer gut hin. Oft nicht. Und das hat vielleicht mit einer Sache zu tun, die im Neuen Testament noch anders war. Heutzutage trennen wir Menschen zwischen Nutztieren und Haustieren. Die Haustiere sind dafür da, um uns unsere Einsamkeit zu vertreiben, damit wir jemanden haben, der uns wirklich liebt. Also einen Hund oder eine Katze, denen kannst du wirklich vertrauen. Ja, die meinen das echt und ehrlich. Bei deinen Kollegen auf der Arbeit weißt du nicht, ob sie es echt und ehrlich meinen, wenn die irgendwie positiv sind. Diese Tiere sind immer authentisch. Und dafür werden diese Haustiere verhätschelt und geliebt und zum Tierarzt gebracht und alles Mögliche. Das sind die Haustiere. Und auf der anderen Seite haben wir die Nutztiere. Deren Funktion ist, schnell Fleisch anzusetzen, viel Milch zu geben, viele Eier zu legen. Und dafür werden die mal so gerade eben ausreichend versorgt, dass das Gewissen nicht allzu schlecht sein muss. Und wir vermeiden aber da eine innere Bindung, auch wenn wir wissen, so ein Schwein ist sehr, sehr klug, klüger als vielleicht ein Hund oder eine Katze. In der Antike, damals zu Jesu Zeiten, da gab es nur ganz, ganz wenige Haustiere. Die Leute haben sich vielleicht mal einen Singvogel gefangen oder reiche Leute hatten vielleicht mal ein exotisches Tier, eine Schildkröte oder sowas. Aber im Grunde genommen gab es diese Trennung zwischen Haus- und Nutztier nicht. Man war denen nicht unendlich nahe den Tieren. Man war aber auch nicht so brutal, wie wir heute in der industriellen Massentierhaltung es sind. Wie das Beispiel zeigt, was ich gerade beschrieben habe, was ja auch nur eins ist von vielen. Und aus dieser Situation heraus beschreibt Jesus, wie er sich verhält, uns gegenüber. Er als Hirte und wir als die kleinen Schafe. Das heißt, die Menschen, die das damals gehört haben, haben sich gedacht, ein Hirte, der verhält sich normal. Er wird aber nicht unmittelbar sehr, sehr nah sein. Und da sagt dann Jesus, nein, ich bin euch sehr, sehr nah. Und das Bild, was wir jetzt hier gehört haben, ist eigentlich eine noch größere Nähe, als wir zu unseren Haustieren haben. Den geliebten Hunden, Katzen, Meerschweinchen, Hasen, was auch immer wir haben. Noch viel, viel näher. Das ist ein ganz Bild des Vertrauens und der inneren Nähe und der inneren Hingabe. Eine ganz emotionale, vertrauensvolle Beziehung. Und dieses Bild gucken wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Jesus sagt, der Hirte geht durch das Tor zu den Schafen hinein. Ihm öffnet der Wächter am Eingang und auf seine Stimme hören auch die Schafe. Da gibt es also noch einen Wächter am Eingang. Der hat jetzt mal besondere Aufmerksamkeit verdient. Warum? Weil dieser Wächter am Eingang entscheidet, ob der gute Hirte Zugang bekommt zu den Schafen. Jesu Zugang zu unserem Leben. Da gibt es den Wächter und der Wächter entscheidet, lasse ich Jesus zu den Schafen, lasse ich ihn da rein. Wie bekomme ich Zugang dazu? In einer sehr geschützten Beziehung, da ist Zugang ja möglich. Also wenn du Schwierigkeiten hast, Gott zu erfahren, kann das daran liegen zum Beispiel, dass du innerlich einen Wächter hast, der dir den Zugang Jesu zu dir nicht erlaubt hat. Dann sagst du zwar, ich hätte das so gern, dass Jesus die Hirte bei mir kommt, aber da ist noch dieser Wächter da und der sagt, das erlaube ich nicht. Der Wächter hält Gott aus deinem Leben draußen. Kann sein, einfach nur weil du keinen Hirten haben willst. Nach dem Motto, ich komme selber klar, ich brauche keinen anderen, ich mache das selber. Oder es kann auch sein, aus schlechten Erfahrungen, gerade, sagen wir mal, du hast schlechte Erfahrungen gehabt mit Kirche oder mit Christen, da gab es Manipulation oder andere Sachen. Und da ist dann dieser Wächter sehr, sehr vorsichtig. Der sagt, ich bin schon verletzt und manipuliert worden, ich bin mit Gott ganz vorsichtig. Und der Wächter sagt, Jesus, du nicht, ich traue dir nicht, ich lasse dich nicht rein. Das passiert dann, wenn du den Hirten schon kennengelernt hast und es war ein schlechter Hirte und der hat sich herausgestellt, dass es eigentlich ein Dieb oder ein Wolf war. Und dann sagt der Wächter, nie wieder abhängig sein, ich bin auch so verletzt. Das heißt, dieser Wächter ist eigentlich gut. Er schützt uns, er schützt uns vor neuen Verletzungen und davor, dass uns jemand, dass jemand zu uns kommt, der uns nicht gut tut, der nicht hilfreich für uns ist, der gefährlich für uns sein könnte. Und dieser Wächter, wenn Jesus kommt, dieser Wächter will erst einmal überzeugt werden. Und wenn er überzeugt ist, dann lässt er Jesus hinein. Der Wächter spürt, wenn ich Jesus hineinlasse, dann verändert sich etwas in meinem Leben. Will ich das riskieren? Ein Risiko ist, der Hirte darf hinein, er führt die Schafe raus und der Wächter ist nicht mehr nötig. Bin ich bereit, meine Wachfunktion aufzugeben? Wer oder was ist dein Wächter, der entscheidet, ob du Jesus bei dir hineinlässt? An welchen Gedanken, Erfahrungen, Ängsten muss Jesus bei dir vorbei, um Zugang zu bekommen? Ja klar, er will dich in die Freiheit führen, aber zuerst musst du ihm ja Zugang geben. Wenn Jesus ruft, dann merkt unser Wächter, es passt, es ist gut. Jetzt darf ich Gott reinlassen in meinen Schmerz, in meine Enttäuschung, vielleicht in meine Verletzung, in meine Wachsamkeit. Hier wird nichts Böses geschehen. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, du darfst mich reinlassen. Es passt, denkt sich der Wächter, denn Jesus ist gut und du darfst rein, Jesus. Komm. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Mich kannst du hineinlassen in dein Leben, hab keine Furcht. Lass deinen Wächter ruhen, ich will dir nichts Böses. Dein Wächter ist gut, er war auch bislang nötig, aber jetzt bin ich hier. Bei mir ist er nicht mehr nötig. Danke Wächter, du hast deine Arbeit gut gemacht, aber jetzt bin ich hier und wenn ich darf, dann übernehme ich gerne, sagt Jesus. Ich bin kein Fremder, denn ich kenne dich im tiefsten deines Wesens. Ich kenne deine Freude, deine Ängste. Ich kenne deine Hoffnungen, deine Befürchtungen. Ich weiß, wodurch du verletzt worden bist. Ich weiß, weshalb es dir so schwer fällt, Gott hineinzulassen in dein Leben. Aber es ist gut. Fürchte dich nicht. Denn ich bin der gute Hirte, ich bin nicht der Dieb und ich bin nicht der Wolf. Ihr spürt, das sind Worte des Vertrauens. Vertrauen ist nur bei kleinen Kindern automatisch da. Bei uns allen Erwachsenen, die wir hier sitzen, ist Vertrauen nichts Automatisches mehr. Und je mehr schlechte Lebenserfahrungen wir gemacht haben, je verletzter wir sind durch das Leben, desto vorsichtiger haben wir gelernt zu werden. Desto stärker und größer und kritischer ist dieser Wächter, der sagt, hey, ich lasse Jesus rein oder ich lasse nicht rein. Aber wenn wir uns darauf einlassen, dann wird Jesus zu uns kommen und, so sagt er es, wird er uns in die Freiheit führen. Ihr merkt diese Hürde, die zuerst da ist, die muss erst genommen werden. Der Wächter muss erst überzeugt werden. Wir müssen erst eine Entscheidung treffen. Dann heißt es hier in der Geschichte, bei dem, was Jesus erzählt, die Zuhörer verstanden ihn nicht. Was haben sie nicht verstanden? Haben sie nicht verstanden, dass sie Jesus einen Zugang geben müssen? Haben sie nicht verstanden, dass Jesus sie in die Freiheit ruft, aus der eigenen Angst heraus? Haben sie nicht verstanden, dass Nachfolge Freiheit ist und nicht irgendein neues religiöses Joch? Haben sie nicht verstanden, dass wenn Gott redet, dass dann Freiheit da ist und Heilung und dass die Angst weniger wird? Haben sie nicht verstanden, dass Jesus hier ihnen ein Angebot macht, frei zu sein? Vielleicht haben sie auch nicht verstanden oder vielleicht haben sie verstanden, aber sie haben sich dagegen entschieden. Sie haben gesagt, nee, der Wächter, der hat mir so viel Struktur gegeben, der hat mein Leben so fest eingepasst, da lasse ich nichts durch. Und da es Pharisäer waren, hat er wahrscheinlich diese Wahrheit im Kopf. Ich habe meine klaren, festen Regeln, da halte ich mich dran, das gibt mir Sinn, damit kann ich auch alles andere bekämpfen, mehr brauche ich nicht. Also dieses ganze religiöse Denken, dieses Gesetz, die Gesetzlichkeit. Diese Pharisäer haben nicht verstanden, dass man Menschen nicht mit Manipulation gewinnt oder mit einem neuen religiösen Joch, was man alles tun soll, was man immer alles richtig machen soll. Das haben sie so gelernt und sie haben gelernt, dass man so ein inneres Korsett tragen muss und das stützt natürlich auch, aber es behindert dich auch beim Atmen. Und dieses Korsett haben sie anderen aufgelegt und das haben sie selbst getragen. Jetzt dürfen wir uns nicht über diese Menschen erheben. Ja, wer weiß, ob wir so viel anders sind. Jeder von uns, wenn wir diese Geschichte gerade gehört haben, die Jesus gesagt hat, jeder von uns ist ja auch ein Zuhörer. Nicht nur die Pharisäer, wir hier auch und viele andere Menschen, die diese Geschichte schon gehört oder gelesen haben. Sie hörten Jesus und sie verstanden ihn nicht. Man versteht erst, wenn Gott selbst zu unserem Herzen spricht, Schritt für Schritt. Das kann bedeuten, dass unser innerer Wächter erst überzeugt werden muss, dass wir es loslassen müssen. Und das ist ein Wagnis und da merkt ihr, warum Jesus Bilder nutzt, weil dieses Wagnis wird nicht hier gelöst allein. Es muss auch hier gelöst werden, beides zusammen. Deshalb sagt Jesus ihnen auch, weil er weiß, wie schwierig das ist. Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, ich bin der gute Hirte, ich bin nicht der Dieb und ich bin nicht der Wolf. Du kannst mich reinlassen, es wird dir nichts Schlimmes geschehen. Versuche mir zu vertrauen. Ich bin gekommen, um euch in die Freiheit zu führen. Ich bin nicht gekommen, um zu stehlen, zu schlachten oder Verderben zu bringen. Ich spiele euch auch nicht irgendetwas vor und benutze euch dann bloß. Die klassische Angst, die viele Menschen berechtigterweise haben, wenn sie an irgendwelche Sekten geraten. Irgendwie gibt es erst ein Lovebombing, du wirst benutzt, wirst reingenommen und dann kommt aber die Rechnung. Das ist diese heftige Manipulation. Gott benutzt keine Menschen. Gott benutzt keine Menschen. Jesus sagt, ich bin auch kein bezahlter Hirte, dem es nur um den Gewinn geht. Ich kümmere mich irgendwie so halbwegs, aber ihr seid mir eigentlich völlig wurscht. Ich werde euch nicht ausnutzen. Ich werde euch nicht, nachdem ich euch benutzt habe, fallen lassen. Und ich werde mich auch nicht aus dem Staub machen, wenn es mal schwer wird. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ich mache genau das Gegenteil, denn ich gebe mein Leben für dich hin. Und wenn wir gerade am Anfang unserer Gedanken überlegt haben, hey, Nutztier, Haustier und so, ja, auch wenn wir unsere Haustiere so sehr lieben, auch das hat eine Grenze. Bei Jesus hat es keine Grenze. Bei Jesus sagt, nicht nur seid ihr mir unglaublich wertvoll, nein, ich gebe mein Leben für euch hin. Ich gebe mein Leben für euch hin. Und dann, wenn wir es zulassen, wenn der Wächter beiseite treten durfte, dann ruft uns Jesus bei unserem Namen. Er ruft uns bei dem, was wir sind, ganz persönlich, in einer tiefen Erkenntnis dessen, wer wir sind. Ihr merkt, Gott arbeitet mit unseren Schmerzen, mit unseren Ängsten, Bitterkeit, Misstrauen, mit unseren Hoffnungen auch, ja, mit unserer Kraft, unserer Fröhlichkeit, mit unserer Stärke, mit unserem Mut, mit unserer Mutlosigkeit, mit allem, was wir sind. Er arbeitet mit dem, was uns geprägt hat, was uns verletzt hat, wo wir uns unfrei und unglücklich gefühlt haben, wo wir stark sind, wo wir noch was leisten können, wo noch viel Kraft ist. Er nimmt uns komplett so, wie wir sind. Und er macht was mit uns und er sagt, ich werde dich behüten. Ich nutze dich nicht aus. Ich nutze deine Schwächen nicht aus und ich nutze deine Stärken nicht aus. Ich bin der gute Hirte. Und dann ruft er uns in die, ruft uns Jesus in die Nachfolge. Er führt uns hinaus in die Freiheit und in die Heilung. Er führt uns in die Nachfolge, ihm hinterher zu gehen, seine Stimme zu hören und mit ihm zu leben und aus seiner Kraft zu leben. Und dieser Weg mit Jesus ist dann ein ganz intimer Prozess. Der ist schon intim und ganz persönlich, wenn er startet und mit unserem Wächter anfängt zu diskutieren. Und er bleibt es und er wird es immer mehr, wenn wir sagen, hey, ich lasse das zu, fühl du mich in die Freiheit und ich gehe dir hinterher. Es ist ein Weg von vielen kleinen Veränderungen und Herausforderungen. An manchen Stellen Herausforderungen, an anderen Stellen Heilung und Veränderung. Dieser Prozess, der geschieht mit jedem von uns anders, weil Jesus jedem von uns bei unserem eigenen Namen gerufen hat, bei unserer eigenen Identität gerufen hat. Und da gibt es nicht zwei Menschen, die gleich sind. Nicht zwei. Und er kennt dich und dich und dich und mich in unserer tiefsten Tiefe. Jesus ist der lebendige Gott, der gute Hirte, der für die Kranken gekommen ist, der Schmerzen stillte, der Ängste heilte und der, so sagt das Neue Testament, in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes führt. Die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Wenn du gespürt hast, ja, Jesus ruft zu mir und da soll was passieren, das ist so ein Schritt, den ich gehen möchte, darfst du ihn gleich gehen, beim Abendmahl zum Beispiel. Wir werden das feiern als ein Zeichen des Dankes dafür, dass wir, ja, dass Jesus sich für uns hingegeben hat. Dieses, ich lasse mein Leben für die Schafe, wird nachher ausgedrückt hier im Abendmahl. Wenn du daran teilnimmst, darfst du sagen, ich möchte das gerne für mich. Ich möchte dieses Vertrauen. Wenn du das Gefühl hast, es reicht aber nicht, können wir nachher immer noch beim Kaffee in der stillen Ecke sitzen und sprechen miteinander. Ehre sei Jesus. Amen. In guten Händen singen wir jetzt miteinander und wir bereiten uns damit auf das Abendmahl vor.